Martin Thaler Mein lieber guter Junge, dies wird wahrhaftig ein trauriger Brief, und ich weiß nicht, wie ich ihn anfangen soll. Denn denke dir, mein gutes Kind, ich kann dir diesmal die 8 Mark fürs Fahrgeld nicht schicken. Es reicht an keiner Ecke, und das Vater nichts verdient, weißt du ja. Wenn ich daran denke, dass du zu Weihnachten in der Schule bleiben musst, wird mir ganz elend zumute. Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Bei Tante Emma war ich auch, aber vergeblich. Vater ist zu einem früheren Kollegen gelaufen, doch der hatte auch nichts übrig. Keinen Pfennig. Es gibt keinen Ausweg, mein Kleiner. Vater, du musst diesmal im Internat bleiben, und wir werden uns vor Ostern nicht wiedersehen, wenn ich daran denke. Aber man darf es nicht, weil es keinen Zweck hat. Im Gegenteil. Wir wollen kolossal tapfer sein und die Zähnchen zusammenbeißen, gell? Das Einzige, was ich auftreiben konnte, waren 5 Mark. Von Schneidermeister Rockstroh bis Silvester, dann will er es wieder haben. Martin, kaufe dir in einem Café ein Kännchen Schokolade und ein paar Stück Kuchen dafür. Und sitze ja nicht immer in der Schule und im Zimmer, hörst du. Vielleicht ist irgendwo eine Rodelbahn. Da musst du bestimmt hinaus. Das versprichst du mir doch. Und morgen bekommst du mit der Post ein Paket, wo die Geschenke drin sind, die du zu Hause unterm Christbaum beschert kriegen solltest. Vielleicht werden wir gar keinen haben. Wenn du nicht da bist, hat es ja keinen Sinn. Viel ist es nicht, was wir dir schicken. Aber du weißt ja, dass ich nicht mehr Geld habe. Es ist recht traurig, aber nicht zu ändern. Mein lieber guter Junge, wir werden alle miteinander zu Weihnachten recht tapfer sein und kein bisschen weinen. Ich verspreche es dir. Und du mir auch? Und nun viele herzliche Grüße und Küsse von deiner dich liebenden Mutter. Martin Thaler starrte auf den Briefbogen. Die Schrift verschwamm vor seinen Augen. Die Mutter hatte geweint. Man sah es. Die Tinte war ein paar Mal verwischt. Der Junge umklammerte den Fensterriegel. Und dann musste er weinen. Obwohl er es ja eigentlich nicht durfte. Schließlich kam Weihnachten. Das Schulhaus war wie ausgestorben. Das Dutzend Schüler, das erst am Nachmittag fuhr, spürte man überhaupt nicht. Da zog Justus, der Hauslehrer des Gymnasiums, seinen Wintermantel an und ging in den stillen weißen Park hinunter. Na also, die große Ruhe und die große Einsamkeit konnten beginnen. Als er in einen Seitenweg einbog, bemerkte er einen seiner Schüler. Er hatte den Kopf an einen hölzernen Pfeiler gelehnt und starrte zum Himmel hinauf, über den die schweren Schneewolken hinzogen. Es war Martin Thaler. Hallo. Was machst du denn hier unten? Ich wollte allein sein. Dann entschuldige die Störung. Aber es trifft sich ganz gut, dass ich dir begegne. Warum hast du denn gestern früh so saumäßig schlecht gelesen? Ich dachte an etwas anderes. Hältst du das für eine passende Entschuldigung, wie? Und warum hast du gestern und heute im Speisesaal fast nichts gegessen? Ja, da habe ich auch an etwas anderes denken müssen, Herr Doktor. So. Woran musstest du denn denken? An Weihnachten? Jawohl, Herr Doktor. Na, besonders darauf zu freuen, scheinst du dich ja nicht. Nein, nicht besonders, Herr Doktor. Wann fährst du denn heim? Mit dem Nachmittagszug? Da liefen dem Primus der Tertia zwei große Tränen aus den Augen. Aber er biss die Zähne zusammen und da kamen keine Tränen weiter. Ich fahre gar nicht nach Hause, Herr Doktor. Na nun, du bleibst während der Ferien in der Schule? Wollen denn deine Eltern nicht, dass du kommst? Doch, Herr Doktor, meine Eltern wollen. Und du? Willst du nicht? Doch, ich will auch, Herr Doktor. Na zum Donnerwetter noch einmal. Was soll das heißen? Sie wollen, du willst und trotzdem bleibst du hier. Woran liegt das denn? Das möchte ich lieber nicht sagen, Herr Doktor. Hast du etwa kein Fahrgeld? Da war's mit Martins tapferer Haltung endgültig vorbei. Er nickte. Der Justus stand erschrocken daneben. Er wartete eine Weile. Er wusste, dass man mit dem Trösten nicht zu früh beginnen darf. Dann nahm er sein Taschentuch, zog den Jungen zu sich heran und wischte ihm das Gesicht ab. Was kostet denn der Spaß? Acht Mark. So, da hast du zwanzig Mark. Das reicht für die Heimfahrt und für die Rückreise. Nein, also das geht nicht, Herr Doktor. Willst du gleich folgen, du Lümmel? Ich habe aber selber noch fünf Mark. Ja, willst du deinen Eltern denn nichts schenken? Doch, sehr gern, aber... Siehst du wohl. Vielen, vielen Dank, Herr Doktor, aber ich weiß nicht, wann Ihnen meine Eltern das Geld zurückzahlen können. Mein Vater hat nämlich keine Stellung, wissen Sie? Hoffentlich finde ich Ostern einen Sextaner, dem ich Nachhilfe geben kann. Hat es so lange Zeit? Willst du gleich den Mund halten? Wenn ich dir am heiligen Abend das Geld schenke, dürft ihr es mir gar nicht wiedergeben. Das wäre ja noch schöner. Martin Thaler stand neben seinem Lehrer und wusste nicht, was er tun und wie er sich bedanken sollte. Endlich griff er zaghaft nach der Hand des Mannes und drückte sie leise. Na, nun pack aber deinen Koffer und grüße deine Eltern schön von mir. Der Junge bedankte sich abermals beim Justus. Dann drehte er sich um und rannte davon. Unten in der Stadt kaufte er ein Kistchen Zigarren für seinen Vater, 25 Stück, und in einem Trikotagengeschäft kaufte er für seine Mutter ein paar warme, gestrickte Pantoffeln. Dann wanderte er, schwer beladen, zum Bahnhof. So wurde es Abend. Die amtliche Landeswetterwarte hatte für ganz Mitteleuropa starken Schneefall vorhergesagt. Und nun bewies der Himmel, wie gut die Landeswetterwarte informiert war. Herr Hermann Thaler kehrte dem Fenster den Rücken zu. Ihm gingen die schimmernden Christbäume auf die Nerven. Er blickte ins dunkle Zimmer, welches nicht erleuchtet war, um Geld zu sparen. Auf dem runden Tisch stand eine ganz, ganz kleine Fichte. Thalers hatten sie geschenkt bekommen. Für ihren Martin. Nun hatten sie also einen Weihnachtsbaum, und der Junge war nicht zu Hause. Herr Thaler holte ein paar Kerzen vom vorigen Jahr, die sie nur halb hatten abbrennen lassen. Und schließlich sah das Bäumchen richtig hübsch aus. Aber Martins Eltern wurden nur noch trauriger. Rasch wurden die Stearinkerzen kleiner und kleiner. In der Nachbarwohnung sang man stille Nacht, heilige Nacht. Und noch immer wirbelten die Schneeflocken vom Fenster. Plötzlich klingelte es. Frau Thaler öffnete die Wohnungstür und blieb sekundenlang erstarrt stehen. Martin! Aber Junge, wie um alles in der Welt? Wie kommst du denn hierher? Das Erste, was Martin herausbrachte, war... Das Geld für die Rückfahrt habe ich auch. Und ich habe sogar auch noch ein paar Geschenke kaufen können. Alle waren hell begeistert, und Martin verteilte Küsse. Es war, genau genommen, ein heiliger Abend, wie er sich schöner gar nicht ausdenken lässt. Die Kerzen auf dem Christbaum brannten zwar sehr bald herunter, aber der Himmel glänzte wie ein unendliches Juwelengeschäft. Es schneite nicht mehr, und in allen Häusern glänzten die Christbäume. Martin schaute zum Himmel empor. Und gerade in diesem Augenblick löste sich eine Sternschnuppe vom Dunkel der Nacht los und glitt schweigend über den Himmel hinab zum Horizont. Jetzt kann man sich etwas wünschen. So wünsche ich meiner Mutter und meinem Vater, dem Justus und dem Nichtraucher, Johnny, Mats und Uli, und auch Sebastian, dass sie recht, recht viel Glück im Leben haben mögen. Und mir wünsche ich's auch. Das war zwar ein ziemlich langer Wunsch, aber er hatte trotzdem berechtigte Aussichten auf Erfüllung. Denn Martin hatte, während die Sternschnuppe fiel, kein Wort gesprochen. Und das ist ja bekanntlich die Hauptsache dabei.